Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Freunde und Mitglieder des Freien Deutschen Hochstifts. Als Direktorin dieser Institution des Freien Deutschen Hochstifts in Frankfurt am Main begrüße ich Sie heute herzlich zu unserer zweiten Tonaufnahme des Jahres 2021. Dieses Mal mit Klaus Reichert und Joachim Seng unter dem Titel Paul Celan – Erinnerungen und Briefe. Im vergangenen Jahr sollten dem Dichter mehrere Veranstaltungen unseres Programms gewidmet sein. Da er am 23. November 1920 geboren wurde und 1970 seinem Leben ein Ende setzte, war 2020 ein doppeltes, ein 100-jähriges und ein 50-jähriges Gedenkjahr für diesen Lyriker, der einer der bedeutendsten des 20. Jahrhunderts ist. Leider konnten wir unsere beiden schon seit 2020 mehrfach verschobenen weiteren Veranstaltungen zu Paul Celan wegen der Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Epidemie bisher nicht durchführen. Das ist zum einen der Vortrag von Dr. Barbara Wiedemann unter dem Titel »Dein goldenes Haar, Margarete – Deutsche Literatur um 1800 in Paul Celans Gedichten«. Dieser Beitrag wird in unserem Jahrbuch nachzulesen sein, das im April ausgeliefert wird. Wenn Sie Frau Wiedemann aber zuhören und mit ihr ins Gespräch kommen möchten, können Sie den Vortrag am 16. März auch digital erleben. Wir publizieren den Link auf unserer Homepage und versenden ihn an alle diejenigen unter Ihnen, deren E-Mail-Adresse in unserem Verteiler steht. Sollten Sie hier aufgenommen werden wollen, wenden Sie sich bitte an uns. Barbara Wiedemann ist an der Universität Tübingen mit Editionen aus dem Nachlass von Paul Celan befasst und bietet in diesem Vortrag neue Erkenntnisse über Paul Celans Literaturrezeption. Bisher nicht stattfinden konnte auch der in der Reihe Lied und Lyrik geplante musikalische Abend, den wir schon mehrfach verschieben mussten. Das Konzert unter dem Titel »Der Tod ist ein Meister aus Deutschland«, Paul Celan zum 100. bzw. 101. Geburtstag mit Sophia Pavone, Mezzosopran, Theodor Brown, Tenor und Hedayet Jeddika am Klavier, möchten wir, wenn irgend möglich, im Arkadensaal noch nachholen. Im Rahmen des heutigen Gesprächs werden wir aber zumindest schon einige Kostproben zu Gehör bringen können. Wir danken unserem neuen Nachbarn am Großen Hirschgraben der Frankfurter Volksbühne unter der Leitung von Michael Quast, dass wir diese Aufnahme heute wieder hier und mit der Hilfe des Volksbühnentechnikers Gabriel Frewert realisieren können. Und es ist ein Ort, der in Beziehung steht zum Thema des heutigen Gesprächs, denn hier hat am 3.12.1963 auch Paul Celan gelesen, als der Kantatesaal noch der Veranstaltungsraum des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels war. Wir freuen uns sehr, dass Klaus Reichert heute bei uns zu Gast ist. Der mehrfach ausgezeichnete Anglist, Übersetzer, Lyriker und Essayist ist durch zahlreiche Bücher und Auftritte bestens bekannt. Viele Jahre war er Präsident der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung und im Hochstift ist er schon lange ein gern gesehener Gast und ein wichtiger Freund. Er war Celans Lektor und seinem letzten Jahr erschienenes Celan-Buch ist ganz von der persönlichen Beziehung und den Erinnerungen an den Dichter geprägt. Sein heutiger Gesprächspartner ist der Leiter unserer Bibliothek, Dr. Joachim Seng. Sie haben ihn schon in dem vorangegangenen Podcast erlebt. Er hat mehrere Editionen und Aufsätze zu Celan vorgelegt. Im Folgenden spricht er mit Klaus Reichert über den Briefwechsel mit Paul Celan und seine Erinnerungen an die Person des Dichters. Hören Sie zur Einstimmung zuerst ein Stück von Wolfgang Riem auf das Celan-Gedicht »Stehen im Schatten des wunden Mals« mit Sophia Pavone und Hedayet Jedica als Ausblick auf den musikalischen Abend zu Paul Celan in unserer Reihe, den wir hoffentlich noch stattfinden lassen können. »Stehen im Schatten des wunden Mals« mit Sophia Pavone und Hedayet Jedica »Stehen im Schatten des wunden Mals« mit Sophia Pavone und Hedayet Jedica »S successful« mit Sophia Pavone und Hedayet Jedicaсолi »Gedda »Dadia 제품« mit Sophia Pavone und Hedayet Jedica Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Lieber Klaus Reichert, Frau Bohnkamp hat ja nun schon erwähnt, dass im letzten Jahr ein Buch erschien mit ihren Erinnerungen und ihrem Briefwechsel mit Paul Celan. In der Regel werden Briefe ja mit einem Kommentar geliefert, aber in Ihrem Fall, und das ist mir sehr positiv aufgefallen, scheinen mir die Erinnerungen kein Kommentar, sondern vielmehr eine Einführung zu sein, die den zeithistorischen Kontext liefern und dazu eben sehr persönlich sind. Welche Idee steckte dahinter? Nun, ich hatte das Gefühl, die Zeit ist so weit fortgeschritten, dass man nicht mehr voraussetzen kann, dass die Leser heute wissen, was damals in den 50er, 60er, 70er Jahren in Deutschland oder in Europa gewesen ist. Ich musste also den ganzen zeitgeschichtlichen Hintergrund, das Stichwort könnte sein 1968, die Studentenrevolte. Es könnte aber auch sein der Auschwitz-Prozess zum Beispiel mit den lächerlich geringen Strafen, die damals verkündet wurden oder den Freisprüchen. Alles das bedeutete ein ganz bestimmtes politisches Klima, in das Celan kaum hineinpasste, weil er kein politischer Dichter im, sagen wir, konkreten Sinne gewesen ist, sondern das politische Engagement ist sozusagen unter den Gedichten oder in den Gedichten verborgen und es muss erst durch die Interpretation entborgen werden. Deswegen der ganze Hintergrund auch zum Beispiel, wie er in die 50er Jahre einbrach als eine Stimme, wie man sie so nie gehört hatte. Dazu musste ich den Hintergrund der 50er Jahre mit Gottfried Ben und so weiter, aber auch Ben war ja eine große, eine Jahrhundertgestalt, aber es gab viele geringere Dichter, die man damals auch gelesen hat. Und jemand wie Josef Weinheber, ein berühmter Antisemit, der auf einmal wieder zu Irren kam nach dem Krieg mit seinen Gedichten. Deswegen ist der ganze Hintergrund wichtig, glaube ich, um Celan da hinein zu platzieren. Ja, und Sie sind ja auch einer der letzten Zeitzeugen, kann man sagen, die Celan noch erlebt hat. Auch hier in Frankfurt, wir haben es ja gehört, 1963 hat er hier gelesen, Sie waren dort auch zugegen. Er hat ja mehrfach in Frankfurt gelesen und auch anderes besucht. Er war oft hier in Frankfurt zu Gast. Sie waren sein Lektor bei Surkamp eine Zeit lang, als er dann eben zu Surkamp wechselte von S. Fischer. Wie würden Sie Ihr Verhältnis beschreiben? War das ein Arbeitsverhältnis oder? Das wechselte. Es war ein freundschaftliches Verhältnis, es war ein familiäres Verhältnis. Er kam ja immer zu uns nach Hause. Meine Frau hat ihn bekocht oder wir sind zusammen zu Unseld gegangen oder in Wirtshäuser oder haben uns mit anderen Freunden getroffen. Aber gleichzeitig war es natürlich ein Arbeitsverhältnis. Also es ist ein bisschen schwierig zu sagen, ich war sein Lektor. Gut, das war ich. Aber man kann natürlich diese Gedichte nicht lektorieren, wie man das eventuell mit anderen Dichtern kann. Man kann nur darüber sprechen. Und die Schwierigkeit bei ihm war besonders eben, Klappentexte zu schreiben zu seinen Gedichtbänden, die nie seinen Wünschen entsprachen. Als er mir mal den Band Atemwende schickte, nachdem er einen Abend bei mir zu Hause war, hat er ihn ohne Schutzumschlag geschickt. Wahrscheinlich, weil er mit dem Umschlag den Wagen wach gemacht hat, er auch nicht zufrieden war. Ich habe den nie gesehen, den Umschlag zu Atemwende. Ihre Erinnerungen beginnen, und das finde ich ja ganz interessant, nicht ganz chronologisch, sondern mit Ihrer ersten Begegnung mit Paul Celan in Paris. Und zwar am Karfreitag 1958. Möchten Sie uns diese Passage aus Ihrem Buch vielleicht einmal vorlesen? Ja, damit beginnt das Buch. Ein Haus in Paris. Das ist ein Zitat aus einem seiner Gedichte. Und ich lese das kleine Kapitel vor. Am Karfreitag, dem 4. April 1958, nachmittags gegen 4 Uhr, klingelte ein noch nicht 20-Jähriger an der Wohnungstür von Paul Celan, Rue de Lanchon, 78, im 16. Arrondissement. Er hatte dem bewunderten Dichter einen langen, umständlichen Brief geschrieben und sich vorgestellt. Er sei dann und dann in Paris und wolle ihn besuchen. Jetzt steht er vor der Tür im fünften Stock. Als Paul Celan die Tür öffnet, stammelt er einen französischen Satz, wird aber gleich unterbrochen. Und sie sind, nennt meinen Namen, sieht mich aus dunklen Augen, prüfend, ein wenig ironisch, aber freundlich an und bittet mich herein. Ich merke, dass ich ungelegen komme. Es ist Besuch aus Deutschland da. Im Hintergrund läuft eine Platte. Ich höre kurz hin und sage vorlaut, Ah, die Drehosonate aus dem musikalischen Opfer, die Geigenstimme habe ich gespielt. Und Celan zu den Gästen, er hat die Musik gleich erkannt. Er lässt sich nicht anmerken, dass ich ein Eindringling in einen Freundeskreis bin. Die Freunde sind Hannah und Hermann Lenz, die über Ostern aus Stuttgart herübergekommen sind. Den Schriftsteller Hermann Lenz kenne ich noch nicht. Er hört den Gesprächen schweigend zu und wird mir zum Abschied in mein Autogrammbüchlein schreiben beiseite gesprochen. Als wir uns Jahre später nach einer Lesung des inzwischen berühmt gewordenen wiedersehen und ich ihn frage, ob er sich an unsere Begegnung in Paris erinnere, sagt er, ich habe ihn damals in ihr Büchlein geschrieben beiseite gesprochen. Paul Celan ist ein schlanker, schöner, noch jugendlicher Mann, dessen Gesicht mich an das des jungen Kafka erinnert. Wenn er spricht, sehe ich, dass seine Schneidezähne etwas auseinanderstehen, seine Stimme ist hell und hat eine leicht singende Melodie mit manchmal mir unbekannter Aussprache. Er sagt, dingge, schlange, das Idiom seiner österreichisch-rumänischen Herkunft. Beim Sprechen geht er Goloas rauchend im Zimmer hin und her und ich sehe, dass überall Aschenbecher stehen mit manchmal noch glimmenden Zigaretten, die er vergessen hatte auszudrücken, als er sich eine neue anzündete. Während er spricht, schweift mein Blick zu dem wandhohen Bücherregal, in dem ich einige heidiger Bände aus dem Neske Verlag bemerke, sie sind an ihren pastelligen, orange- und rosafarbenen Schutzumschlägen leicht zu erkennen. Celan fragt nicht, warum ich mich für seine Gedichte interessiere. Er fragt allgemeiner, welche Lyrik mir etwas bedeute. So komme ich ins Erzählen, spreche von meiner Liebe zu Alkaios und Sapfo, den Chorliedern der Antigone Homer, die ich in der Schule gelesen hatte, rede mich ins Feuer über Ezra Pound und Gottfried Benn, die nicht in der Schule vorkamen. Von Ezra Pound nenne ich das ABC des Lesens als Schule des Dichtens und den ersten Gesang der Cantos in ihrem Bezug zur Odyssee. Von Benn erwähne ich den Marburger Vortrag über Probleme der Lyrik, aus dem ich gelernt hätte, dass Gedichte gemacht seien, artistische Gebilde, dass man sparsam sein solle mit Adjektiven und Fachvokabeln. Ich erzählte auch, dass ich vor einem Jahr als Prämaner Gottfried Bens Witwe in Berlin, Bozener Straße 20, besucht hatte, weil ich das Ambiente sehen wollte, in dem der Verehrte dichtete, die dunkle Parterrewohnung, den trostlosen Hinterhof, dass Ilseben mich fragte, welche Gedichte ich besonders liebe, die sie mir dann mit leiser, versonnener Stimme vorsprach. Alles, was ich sagte, trug ich mit der unerschütterlichen Selbstgewissheit der Jugend vor, ihrem Stolz, nicht um Eindruck zu machen, eher um meine Visitenkarte abzugeben. Es ist kein Unwissender, der sie hier besucht. Paul Celan hörte aufmerksam, aber schweigend zu. Auch seinem Gesicht konnte ich keinen Kommentar ablesen. Als er dann sprach, und er sprach lange und leise, nahm er keinen direkten Bezug auf das Gesagte, aber er spürte, dass seine Sätze von ganz woanders her kamen. Woher, verstand ich noch nicht. Erst zwei Jahre später, nachdem ich die Bremer Rede, Sprachgitter und den Meridian gelesen hatte, begriff ich, was ich in meiner Naivität dahergeplappert hatte. Von einem Propagandisten Mussolinis und einem Anhänger der Rassentheorie gelernt zu haben, war Celan gegenüber gewiss eine Taktlosigkeit aus Unwissenheit. Aber er ließ sich nichts anmerken, widersprach nicht, blieb freundlich und liebenswürdig. Als ich ihn bat, mir etwas in Mund und Gedächtnis und in mein Autogrammbüchlein zu schreiben, hob er den Arm und rief seiner Frau, seiner zarten, scheuen Frau, die sich den Gästen gewidmet hatte, zu. Mon Stilot! Das Büchlein schrieb er im Sinne einer radikalen Entmythologisierung nix stücks. Und in den Gedichtband Daraus Reichert an einem runden Tisch in Paris, Paul Celan, April 1958. Dabei wies er mit der Hand auf den Tisch und sagte, dies ist ein runder Tisch. Dieser Satz kam mir später oft in den Sinn, wenn er sagte, seine Gedichte seien ganz und gar nicht hermetisch, nicht in einer übertragenen Bedeutung zu lesen, sie seien konkret und hätten, auch wenn er es so nicht ausdrückte, immer ein Fundamentum in Reh. Dies ist ein runder Tisch. Beim Abschied sagte er noch, Sie interessieren sich ja für Lyrik. Hier in Paris lebt ein junger deutscher Lyriker, den Sie noch nicht kennen dürften. Er heißt Günter Grass. Ich unterbrach ihn. Oh doch, letztes Jahr erschien sein Gedicht Bad die Vorzüge der Windtöner, den kenne ich. Besuchen Sie ihn, er ist mein Freund und sagen Sie, ich hätte Sie geschickt. Hier ist seine Adresse. Erst als ich wieder auf der Straße war, bemerkte ich, dass meine Uhr stehen geblieben war. Ich hatte manchmal darauf geschaut und muss gedacht haben, es ist ja doch gar nicht so spät. So blieb ich sogar zum Abendessen, zu dem Giselle Zellan-Letrange mich freundlich einlud. In diesem Stehenbleiben der Uhr, während ich Zellans Worten lauschte, habe ich später ein Zeichen gesehen. Vielen Dank, Klaus Reichert. Es ist für mich ganz interessant, dass Ihr erstes Gespräch natürlich gleich um die Lyrik kreiste. Das verwundert nicht, weil Lyrik für Zellan ja etwas Existenzielles war. Sie schreiben über Ihre ersten Lektüren Zellanscher Gedichte und schreiben dort auch, dass Sie anfangs erst einmal nichts verstanden haben. Aber dann schreiben Sie, dass ein Sog von diesen Versen ausging und dass Sie wussten, dass es dieser Dichter war, den Sie verstehen wollten. Für mich war das sehr nachvollziehbar, weil es mir ebenso bei der Lektüre ging. Können Sie etwas sagen zu dieser Wirkung von Zellans Gedichten auf Sie und auf andere überhaupt? Ja, es klingt jetzt vielleicht etwas merkwürdig, etwas Magisches. Man fühlte sich angezogen, fasziniert im Sinne des Zauberhaften, das Faszinosum, das ist ja ein magischer Begriff auch, angezogen. Und man wusste nicht genau, wie man es auflösen konnte. Aber wenn man ein Gedicht klar versteht, von der ersten bis zur letzten Zeile oder meinetwegen nach dem zweiten Lesen klar versteht, dann braucht man das Gedicht eigentlich gar nicht geschrieben zu haben oder gelesen zu haben. Denn das Geheimnis großer Dichtung ist ja eben, dass man nicht ganz herankommt, dass selbst beim wissenschaftlichen Interpretieren, wenn es gut ist, immer ein Rest bleibt, etwas Geheimnisvolles, dass sein Geheimnis eben nicht preisgibt. Und das Verstehen ist ja, ich möchte mal sagen, das Verstehen ist etwas, oder Verstehen wollen, ist etwas sehr Schwieriges. Inzwischen würde ich nicht mehr, ich bin ja mein Leben lang Literaturwissenschaftler gewesen, würde ich nicht mehr versuchen, Gedichte zu interpretieren, sondern allenfalls zu markieren, das, was sich darüber überhaupt sagen lässt, in dem Sinne, dass es eben ein Fundamentum in Reh, wie ich das genannt habe, schulastisch hat, dieses Detail kann man erklären, jenes kann man erklären, das kommt daher, das kommt daher, aber als Ganzes ist es nicht interpretierbar. Es ist etwas, das man, ich glaube, in Ruhe lassen sollte, an sich gelten lassen sollte, ohne, es ist ja wie mit der Musik, ohne es jetzt bis ins Einzelne hinein verstehen zu sollen. Und wenn ich das noch anfügen darf, Celan sagt ja immer wieder, lesen, 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 das Verstehen kommt von selbst und das ist eben sehr problematisch. Manche Leute sagen, wenn man ihn fragte, was heißt denn das, steht alles im Gedicht, ich sage darüber nichts, sie fragen ja auch nicht, wie sie Mozart verstehen sollen. Aber er war sehr, sagen wir mal, großzügig mit der Mitteilung von Dingen, die in dem Gedicht oder zu dem Gedicht geführt haben. Man fragte ihn nicht danach, er sagte das von selber. Zum Beispiel ein Gedicht, was in dem ersten Gedicht, an dem wir zusammen machten, Atemwände, steht, 20 Schlüsselburgblumen in der geballten Faust. Ja, das kommt von Vera Fiedner, Nacht über Russland, 20 Jahre Schlüsselburg. Schlüsselburg ist die Festung im Asufischen Meer, nördlich von Petersburg, wo die schwersten Verbrecher reingesteckt wurden. Man konnte daraus nicht entfliehen und wenn man sich gut geführt hatte, durfte man nach zehn Jahren Haft sich ein kleines Gärtchen anlegen, Blumen, Schlüsselblumen zum Beispiel, dort pflanzen. Und diese Erinnerungen sind in den 20er Jahren auch deutsch erschienen. Vera Fiedner, Nacht über Russland, mit ihren Erinnerungen an ihre Anarchistenkarriere und ihre Jahre im Gefängnis der Schlüsselburg. Da sagte ich, Paul, warum kann man da nicht eine Anmerkung hinten machen? Das ist ja nichts Anrühriges. Die Vera Fiedner und ihr Buch kann man heute nicht mehr kennen. Das war in den 60er Jahren. Und Leute wie Elliot haben ja auch Anmerkungen hinten gemacht. Und da sagte er, das hat mich auch sehr überzeugt, nein, wenn ich das mache, dann denkt der Leser, wenn er das gelesen hat, wenn er diese Anspielung kennt, dann versteht er das Gedicht. Es ist aber eben nicht so, dass er damit das Gedicht verstanden hat. Und er verwendete dazu einen Ausdruck immer wieder, er sprach von der Opazität, also der Undurchlässigkeit, Lichtundurchlässigkeit, die er in seinen Gedichten hergestellt hätte. Unterschiedlichste Einflüsse kamen zusammen, um etwas Neues zu bilden, eben das Gedicht. In einem späteren Gedicht, Coagula, glaube ich, ist es, auch deine Wunde, Rosa, heißt es. Eine Zeile, die fängt damit an. Ja, Rosa, das ist die Rosa, die magt in der Kafkaerzählung, Landarzt-Erzählung, die hat eine Rosa Wunde. Es ist aber gleichzeitig Rosa Luxemburg, die für ihn so wichtig war als Anarchistin, als ein Opfer der reaktionären Kräfte in der beginnenden Weimarer Republik und so weiter. So kommen verschiedene Elemente zusammen in dem einen Wort Wunde oder in den zwei Worten Wunde und Rosa. Und das ist diese Opazität, die verschiedensten Einflüsse, die gebündelt sind in dem einen Wort wie in einem Stein. Stein kommt da bei ihm sehr häufig vor und im Stein ist ja sedimentiert Jahrhunderte, Jahrtausende, Jahrmillionen eventuell von Entwicklungen, die zu diesem Stein mit seinen verschiedensten Einschlüssen geführt haben. Und wir verdanken ihm ja auch den Vers Der Stein, der sich zum Blühen bequemt, das ist ja vielleicht genau das, dass das Gedicht eben unterwegs ist und es hat ja auch diesen dialogischen Charakter. Es fordert ja sozusagen von einem Leser, dass er sich damit auseinandersetzt und beschäftigt und sein eigenes Wissen mit einbringt. Insofern wäre vielleicht dann auch die Vorlegung oder Auflegung auf ein bestimmtes, auf eine bestimmte Buch oder eine bestimmte These einfach dem Gedicht auch nicht zuträglich, weil es dann eben nicht mehr offen wäre, sondern geschlossen. Nun waren ja die ersten Gedichte, die sie lasen, die Bände, Mohn und Gedächtnis und von Schwelle zu Schwelle. Und als sie Celan in Paris aufsuchten, da arbeitete er schon an seinem Band Sprachgitter, der dann 1959 bei S. Fischer hier in Frankfurt erschien. Die Gedichte sind anders als die früheren. Etwas in Celans Sprache hat sich geändert und im ersten Band, den Sie betreuten, der Atemwende, ist es ja auch noch ein weiterer Schritt gewesen. Sie beschreiben das selbst auch in Ihrem Buch. Wie würden Sie denn Celans dichterische Entwicklung beschreiben? Ja, es geht vordergründig gesehen, es geht auf eine immer größere Verknappung zu, auch Zerlegung der Wörter durch Atempausen sozusagen, durch kleine Vorhalte. Es gibt nicht mehr diese unglaubliche, den Saun, sagen wir mal von Celans Gedichten, dieses, diese Klangmagie, Magie, die mit antiken Mustern spielt, also immer diese hämmernden Taktylen zum Beispiel im berühmtesten Gedicht der Atemwende, der Tod ist ein Meister aus Deutschland, er pfeift seine Rüden hervor, er sagt, spielt Tiefe, ja einen und so weiter. Das lässt sich wunderbar pathetisch auch natürlich sprechen und dieser Wohlklang, um es mal so zu nennen, der hört zunehmend auf. Das ist sozusagen ein Gang in immer größere Karkheit und damit natürlich auch einen immer größeren Anspielungsreichtum. Bis in die spätesten Gedichte wurde nur noch ein, zwei Wörter vielleicht draufstehen, die unterteilt sind. Also diese Karkheit oder wie er es mal nannte, die grauere Sprache wird ihm immer wichtiger, während in den ersten Gedichtbänden gibt es eine Opulenz von Farben und eben von wohlklingenden Assonanzen, Alliterationen und so weiter. Das verbietet er sich im Laufe der Zeit. Mich hat dann, so als ich Atemwände las, auch gleichzeitig Anton Webern sehr interessiert, auch ein schmales Werk, was damals neu entdeckt wurde, eigentlich in den späten 50er-Jahren. Und mich hat da die Ähnlichkeit zwischen den beiden doch interessiert. Ich weiß gar nicht mal, ob er, er hat sich natürlich für Musik interessiert, ob er den Webern so genau gekannt hat, ob er ihm wichtig war. Aber für mich hat diese äußerste Verknappung doch etwas mit Zeeland zu tun gehabt. Ich könnte auch nicht sagen, wie ich jetzt den Webern interpretieren müsste, sondern einfach diese unglaubliche Stille, die da drin war, wo man aber spürte, von der Ferne merkt man etwas anderes, was das ausgelöst hat, als Echo möglicherweise. Also Adorno schrieb mal über Webern, dass er für ihn gelegentlich Klänge wie ganz ferne Echos von Maler, von Gustav Maler. Also dieses Laut, dieses Insistierende von Wagner, was sich in solchen Gebilden, die am Schweigen Siedeln sozusagen gehalten habe oder herübergerettet sei in so etwas. Das scheint mir insofern wichtig, weil bei Celan ist es ja auch sehr häufig, dass man weiß, es führt in irgendwelche Untiefen oder Abgründe, die aber nicht mehr, die muss man sich dazu denken und die kann man nur noch als ein fernes Abbild eines Abgrunds oder natürlich der Vernichtung von Menschenleben in der Nazizeit oder das auch später noch zu spüren bekommen, ohne dass er es nun ausdrücklich sagen muss. Aber als Echos sind diese historischen Verwerfungen eben immer ganz deutlich zu hören. Ich nehme das Stichwort Musikalität einmal auf, auch aus dem Grund, weil Celan hat sich natürlich auch, das haben Sie auch eben angedeutet, auch sehr intensiv mit Adornos Auseinandersetzung mit der modernen Musik, mit Schönberg, die Überlebenden von Warschau und Ähnlichem intensiv beschäftigt und Todesfuge und dann im Band Sprachgitter die Engführung legen ja davon auch Zeugnis ab. Wir wollen jetzt aber nochmal ein Musikstück hören, das zeigt eine modernere Vertonung eines Gedichts von Celan, nämlich das Gedichts Tenebrä von Friedhelm Döhl komponiert und von Hadayet Tjedika am Klavier und Sophia Pavone am Gesang vorgetragen. Ich lese vielleicht zur Einfachheit halber, damit man sich das Gedicht auch vorstellen kann, noch einmal das Gedicht Tenebrä, weil das glaube ich sehr schön zeigt, zum einen, dass der Band Sprachgitter auch so ein bisschen ein Band des Umbruchs ist und des Neuanfangs, denn Tenebrä hat noch diesen Klang, die Musikalität, die dann aber auch gebrochen wird. Tenebrä Nah sind wir, Herr, nah und greifbar, gegriffen schon, Herr, ineinander verkrallt, als wär der Leib eines jeden von uns dein Leib, Herr. Bete, Herr, bete zu uns, wir sind nah. Windschief gingen wir hin, gingen wir hin, uns zu Bücken nach Mulde und Mar, zur Tränke gingen wir, Herr, es war Blut, es war, was du vergossen, Herr, es glänzte, es warf uns dein Bild in die Augen, Herr, Augen und Mund stehen so offen und leer, Herr, wir haben getrunken, Herr, das Blut und das Bild, das im Blut war, Herr. Bete, Herr, wir sind nah. Na sind wir, na sind wir, Herr, nahe und greifbar gegriffen schon, er in einander vergreift als wir, die Leib eines jeden von uns, dein Leib, Herr, bitte, Herr, bitte, wo, wo uns wir sind. Oh, 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 oh. Und schön gingen wir hin, gingen wir hin und zu. Und schön gingen wir hin, gingen wir hin, gingen wir hin und zu. Und schön gingen wir hin und zu. Und schön gingen wir hin, gingen wir hin und zu. Und stehen so offen und leer. Und schön gingen wir hin und zu. Und schön gingen wir hin und zu. Ja, das hat man ja in Verbindung gebracht mit der Osternacht. Das sind ja die dunklen, die finsteren Nächte, in denen Jesus stirbt, gleichzeitig ineinander verkrallt. Das sind ja die Sterbenden in den Krematorien, die er damit evoziert. Man hat das Gedicht immer in einem christlichen Kontext gesehen, die christlichen Bilder sind ja unüberhörbar. Aber dieses Beteherr, wir sind nah. Und das habe ich dann gedeutet als die jüdische Anmahnung an Gott. Nämlich, das jüdische ist ja keine Religion im Sinne, wie das Christentum eine Religion ist, sondern es ist ein Bund. Ein Bund, den Gott mit den Menschen geschlossen hat. Und beide müssen sich, haben ein Vertragsverhältnis miteinander. Und Gott hat auch eine Schuld den Menschen gegenüber. Die wird dort eingeklagt, indem er sagt, Beteherr, wir sind nah. Wir haben ja immer zu dir gebetet, jetzt bist du dran. Und es ist deine Aufgabe, deinen Teil des Vertrages zu erfüllen. Es ist also nicht ein rein christliches Gedicht, was die Elemente der Osternacht, der Dunkelheit der Osternacht, der Auferstehung zum Thema hat, sondern es ist gleichzeitig eben auch ein jüdisches Gedicht. Ich habe dieses Gedicht in London als ein Reformrabbinischer Rabbiner, der ein enger Freund von mir war, der mich auch einführt in das rabbinische Denken und der an einem Gebetbuch saß mit neueren Texten für das liberale Judentum. Dem habe ich dieses Tenebrae übersetzt ins Englische, weil es eben nicht nur diese christlichen Bildelemente hat, sondern eben, wie ich das versucht habe zu erklären, auch die Vertragsverletzung sozusagen dadurch, dass Gott sich aus der Welt zurückgezogen hat. Ja, genau. Und ich finde auch, Sie haben das in Ihrem Buch erwähnt, einer Ihrer frühen Eindrücke. Ich weiß gar nicht, ob Sie es damals schon wussten, dass Celan der Übersetzer war. Es gab ja damals den Dokumentarfilm von Alain René, der sich mit den Konzentrationslagern und der Vernichtung der europäischen Juden auseinandersetzte. Da hat Celan ja den Text übersetzt aus dem Französischen und da sind natürlich auch die Bilder im Kopf der verkrallten Menschen im Konzentrationslager. Und das hat er ja aufgenommen, also auch Zeitdokumente, die er dort übersetzt hat. Und das führt uns auch so ein bisschen ein in die Zeit der 50er Jahre, denn dieser Film sollte ja in Cannes gespielt werden. Und die Bundesrepublik hat interveniert und mit der etwas heute hanebüchenden Behauptung, der Zuschauer könne nicht unterscheiden zwischen dem Deutschland, Nazi-Deutschland, 1933 bis 1945, und dem Deutschland heute. Das war 1956. Und insofern gebe der ein falsches Bild von Deutschland wieder und wurde auch aus dem Programm genommen und nur nebenbei gezeigt. Haben Sie mit ihm mal darüber gesprochen, über den Film oder diese Übersetzung? Nein. Ich habe den Film 1958, er wurde ja nicht gezeigt, wie Sie beschrieben haben, 1958 in Marburg in einem Studentenkino gesehen. Und da wurde uns, ich war im ersten Semester, alles das erzählt, wie die Bundesrepublik sich gewunden habe. Das ist den Deutschen nicht zuzumuten, das zu sehen. Und wir haben doch alles getan, um die Schuld auszugleichen. Diese verheuchelten Argumente damals, die haben sehr, sehr viele Menschen wütend gemacht und Studenten natürlich auch. Ich hatte in den 50er Jahren in der Schule, in einem humanistischen Gymnasium, nie etwas gehört von genaueres, von dem, was passiert war. Ich hatte noch Nazi-Lehrer und ich hatte 1953, das war für mich ein Schockerlebnis, das Tagebuch der Anne Frank gelesen und konnte mit niemandem darüber sprechen, weil sich niemand dafür interessiert hat. Also in der Schule zum Beispiel. Und dann sah ich diesen Film und da stand natürlich drunter, dass das übersetzt worden ist von Paul Zeller, den ich ja kannte, den ich ja ein paar Wochen vorher besucht hatte in Paris. Insofern war mir diese Verbindung völlig klar. Und ich kannte ihn danach, auch den habe ich mir den französischen Text besucht. Das waren Dokumente, das waren Prosa-Zeilen im Grunde dokumentarisch aus Zeitungen und Erinnerungen genommen, während Celan Fehlse draus machte. Das ist das Wichtige nämlich, dass das gehämmerte Sätze waren im Deutschen, nicht im Französischen, die da herauskamen. Und was ich auch interessant fand dann später, also nach seinem Tod habe ich das gehört, von, ich glaube, Ilana Schmueli hat es mir erzählt, dass Celan kurz vor seinem Tod noch einmal an dieser Übersetzung gearbeitet hat. Und was muss das für Gefühle in ihm ausgelöst haben, nach all den Jahren und nach allen Erfahrungen, die er nun wieder mit den Deutschen gemacht hatte. Und dann hat mich dieser Text auch, oder dieser ganze Film, erinnert, im Dokumentarischen, was das sowohl in den Bildern wie in der Sprache hatte, an eine große Komposition von Schönberg, nämlich Ein Überlebender von Warschau, was ja auch nur die Aufzählung der KZs gewesen ist und Stimmen der Sterbenden, die von jemandem dokumentiert worden waren. Das gibt es auch durchaus Ähnlichkeiten mit Celans Herangehensweise an diesem Text. Ja, ich habe das auch deshalb erwähnt, weil es so ein bisschen den Zeitkolorit eben schildert, in welche Zeit auch diese Celan-Gedichte, wie jetzt die Todesfuge, von der ja ganz klar ist, mit welchem Thema sie sich auseinandersetzte, mit welchem Schicksal sie sich auseinandersetzte. In dieser Zeit ist Celans Dichtung ja schon eine Ausnahme, etwas Besonderes. Mai, mich würde interessieren, wie Sie denken, dass Celan, wie lässt sich seine Lyrik einordnen in der Lyrik der 50er und 60er Jahre in der Bundesrepublik? Ich würde sagen, sie lässt sich überhaupt nicht einordnen. Sie steht völlig für sich und ihr Reagieren auf die Zeitumstände, die man bei anderen Dichtern hat, auch bei der von ihm sehr geschätzten Mariusa Kaschnitz, die Reaktionen auf historische Ereignisse sind bei ihm so schwer zu greifen, weil er sagt, es geht nicht um die Abbildlichkeit, um das Wiedererkennen von irgendetwas, sondern es sind Dinge, die sich das Unerhörte, das Unbeschreibliche lässt sich eben nicht beschreiben. Es lässt sich nur ahnen, es lässt sich evozieren vielleicht im Leser. Für das wichtige Wort in den 50er Jahren, Wirtschaftswunder und so weiter für Außenstehende, war das ein Verschweigen dessen, was gewesen ist. Man wollte davon nichts mehr, wir müssen doch nach vorne schauen und so weiter. Und er benutzt ein Wort, was ich sonst nie erfahren habe. Er spricht vom Erschweigen. Man muss sich heranschweigen, weil das nicht sagbar ist, was geschehen ist. Er war ja ein Meister im Spielen oder im Benutzen von der nur im Deutschen gegebenen Möglichkeit der Vorsilben, zum Beispiel des Erschweigen oder wenn er spielt mit dem Denken und Andenken und Umdenken und Verdenken und so weiter. Das sind Möglichkeiten der deutschen Sprache. Das war einer der Gründe, weshalb er dem Deutschen treu geblieben ist als seiner Sprache. Mir will auch so ein bisschen scheinen, als habe Celan die deutsche Sprache auch in gewisser Weise erweitert, ihr Begriffe, Worte hinzugefügt. Und nun sind Sie ja auch ein großer oder ein bekannter Übersetzer. Und Celan war das auch. Was oft vergessen wird, ist ja auch Celans Übersetzungswerk, das ja neben, gleichberechtigt eigentlich, neben seinem dichterischen Werk steht. Er hat aus dem russischen Mandelstamm Jesenin-Block übersetzt, aber natürlich auch sehr viel aus dem französischen und teilweise eben auch. Wir sprachen mal über Emily Dickinson, auch aus dem englischen und amerikanischen. Wie würden Sie Celans Übersetzungswerk und seine Art zu übersetzen als Fachmann sozusagen bewerten? Sie sagten es schon, er hat das Übersetzen als einen integralen Bestandteil seines Werkes aufgefasst. Und es ist ganz einfach, man erkennt sofort, wenn man auf Deutsch irgendetwas liest, sagen wir Emily Dickinson oder Shakespeare, das ist so nett, oder Franzosen, und das kann nur Celans Sprache sein. Es ist alles, ja, Celanisiert sozusagen. Aber es ist trotzdem eine sehr genaue Übersetzung jeweils. Das kann man, wenn man anfängt, sie zu interpretieren, merkt man, wie viele Schichten er tatsächlich herübergerettet hat und trotzdem hat er seinen Ton ihnen gegeben. Das ist übrigens, das trifft für George und Rilke auch zu. Das sind ja meisterhafte Übersetzer. Gleichzeitig hört man den übersetzten Gedichten eben auch an, dass es George geschrieben hat oder übersetzt hat, dass es Rilke übersetzt hat, die Michelangelo-Sonette. Das sind reine Rilke-Gedichte, sind aber gleichzeitig sehr, sehr genaue, sehr überlegte Übersetzungen. Und ich würde ihn eben in dieser Reihe sehen, auch wenn man sagt, es hat ja diese Kontroverse gegeben mit Karl de Dizius, der auch natürlich Jesienien übersetzt hat, und er sagte, das ist doch ein Bauerndichter, die müssten einen ganz anderen Ton haben. Das ist einerseits richtig, aber andererseits hat Celan sie auf eine bestimmte Höhe gehoben, die man in diesen Gedichten eben auch finden kann. Und die Frage, hat er nun das und jenes richtig übersetzt, ist da ein Fehler drin, das ist eine Frage, die man, glaube ich, nicht stellen sollte. Gewiss, man sollte möglichst keine Fehler machen, aber sie haben bei ihm ja einen ganz bestimmten Sinn, wenn er sie macht. Er denkt die Gedichte, also etwa bei den Sonetten kann man das sehen, wie das Peter Sondy es ja auch mal untersucht hat. Wir reden jetzt von den Shakespeare-Sonetten für die Zuhörer. Ja, da hat er ein paarundzwanzig übersetzt, sein Leben lang. Wie er die weiter übersetzt in seine eigene Zeit hinein, sie haben immer auch etwas zu tun. Er übersetzt es nur, wenn es etwas mit ihm selber zu tun hat, wenn es existenziell für ihn wichtig ist, jetzt dieses Gedicht oder jenes Gedicht aus dem Englischen, aus dem Russischen, aus dem Französischen, im Italienischen zu übertragen, weil es einen bestimmten Nerv bei ihm selber getroffen hat. Die Shakespeare-Sonette hat er seit seiner Schulzeit in Czernowitz zu übersetzen versucht. Und immer wieder in bestimmten Lebensphasen hat er einige oder einige wenige übersetzt. Sehr viele sind es ja nicht geworden. Und es ist ganz interessant, was er am Beispiel eines anderen Dichters, Übersetzers einmal gesagt hat, mir gesagt hat, nämlich Marschak, das ist ein Russe, der die Sonette in der Zeit des Stalinismus, also nach dem Krieg gab es ja eine furchtbare antisemitische Welle in Russland, die Stalin ausgelöst hat, 1948 bis zu seinem Tod, im Grunde 53. Und er sagt, das wichtigste Werk des Widerstandes damals waren die Shakespeare-Sonette in der Übersetzung von Marschak, Samuel Marschak. Also man kann Shakespeare als einen politischen Autor übersetzen, wenn man es richtig weiß. Haben Sie denn eigentlich den Band betreut? Weil der ist ja in den 60er Jahren in der Inselbücherei erschienen. Ja, sicher. Ja, ich habe dafür gesorgt, dass der herauskam in der Inselbücherei. Und wir haben über einige Verse natürlich, da kann man dann sprechen und sagen, also Paul, das stimmt so nicht. Das heißt, es ist umgekehrt gemeint. Und er hat dann sogar sich auch darauf eingelassen und versucht, und es gibt so einen Brief, wo er sagt, ja, wenn ich das mache, dann komme ich auf zwölf oder dreizehn Silben und damit ins Unmögliche. Also formal wollte er sich ganz eng an das halten, natürlich elf Silben, beziehungsweise zehn Silben, und gereimt auch. Da kann man von unterschiedlicher Meinung sein. Aber er war eben auch ein unglaublicher Spracharbeiter. Er hat sehr, sehr genau hingeschaut, was formal da gewesen ist und versuchte, das zu reproduzieren mit allen formalen Gegebenheiten, die in der Vorlage eben standen. Hat sich nicht die Freiheit genommen, wie ich zum Beispiel, der ich die Shakespeare-Sonnette ohne Reime gemacht habe, weil ich dachte, man muss eine andere Priorität setzen, nämlich wie Shakespeare pro Sonnette mit ganz bestimmten Vokabeln spielt und die sozusagen durchpermutiert. Das ist wichtiger, als dass man den Reim hinten hat, der häufig eben den Rest des Sonnettes opfert, weil die Übersetzer froh sind, und keilfroh sind, wenn sie einen Reim gefunden haben, dann muss dem Reim alles andere untergeordnet werden. Und es gab ja nicht wenige Shakespeare, so Nettübersetzer. Aber wir müssen jetzt, glaube ich, nachdem wir über den Dichter und auch über den Übersetzer Celan gesprochen haben, mal einen Schnitt machen, wenn man so will, und ein Thema ansprechen, das Celans Leben in den 60er-Jahren schon auch überschattet hat, nämlich die sogenannte Goll-Affäre, also der Versuch von Claire Goll, der Witwe des Dichters Ivan Goll, Celan des Plagiats zu beschuldigen an der Dichtung ihres Mannes. Eine Lüge und Infamie, die in der deutschen Literatur, glaube ich, ihresgleichen sucht, weil man Celan ja versucht hat, in gewisser Weise das, was er allem entgegensetzte, nämlich die Sprache, nun auch noch zu berauben und ihn als Dieb darzustellen. Das hat ihn sehr verletzt und getroffen. Wie haben Sie die Affäre und die Folgen der Affäre bei Celan erlebt? Ja, wir haben eigentlich darüber nicht gesprochen. Die war ja dann schon beinahe vorbei. Er hat immer wieder darauf angespielt. Es hat ihn mehr als tief getroffen. Aber die Schwierigkeit war die, ich meine, die Witwe Goll war infam, ihm das zu unterstellen. Sie hat ja selber, das hat Peter Sonny nachgewiesen, den Nachlass gefälscht aufgrund von frühen Gedichten, also von irgendwie nicht zu Ende geschriebenen Gedichten Golls, hat sie dann bei Celan Spuren, also übernommen und in die Goll-Gedichte hineingeschrieben. Das war ein unglaublicher Affront. Warum sie das getan hat, da kann man drüber spekulieren. Es gibt verschiedene Gründe dafür. Aber das Schlimme war, dass viele in Deutschland eben darauf angesprungen sind und den Goll als einen großen, also über Goll kann man sich jetzt streiten, ist Goll ein großer Dichter oder nicht, aber ihn als einen durchaus dem Celan verwandten Dichter sehen wollen, das kann man ja auch so tun. Aber für Celan war das natürlich ein unglaublicher Affront. Und das Schlimme war, dass er sich nicht richtig verteidigt fühlte. Also alle Freunde von ihm haben ihn verteidigt, haben für ihn geschrieben. Es gibt ein großes Dokument, das er ja mitredigiert hat von den Freunden Ingeborg Bachmann, Klaus Demos und Marius Kaschnitz. Das erschien in der Neuen Rundschau damals, die Rudolf Fisch herausgab. In der Fischerschen Zeitschrift Neue Rundschau. Und er hat es mehrfach redigiert, diesen Text. Aber am Ende war er doch wieder nicht damit zufrieden, obwohl die alles getan haben, um zu zeigen, Celan steht wo ganz anders. Und es gibt keine Anklänge, obwohl die Verfahren, meinetwegen, man hat sie dann surrealistisch genannt, manchmal ähnlich sind, aber sie sind eben doch eigentlich ganz anders. Und das, auch Peter Sonnti hat ihn verteidigt, in einem langen Artikel, im Westdeutschen Allgemeinen, glaube ich, und dann nachgedruckt in der Neuen Zürcher Zeitung. Das war auch nicht richtig. Es gab niemanden, der so nah an Celan oder so verständnisvoll für Celan war, wie Peter Sonnti. Und selbst da hat es einen Knacks gegeben. Er hat ja dann dieses ganze Konvolut auch noch Adorno geschickt und gehofft, dass Adorno sich in irgendeiner Weise dazu verhalten würde, öffentlich. Adorno war eine öffentliche Gestalt, ja damals in den 60er Jahren. Adorno war klug genug, es nicht zu tun, denn hätte er sich für Celan eingesetzt, öffentlich, dann hätte es auch zum Bruch geführt, wahrscheinlich. Celan war, er konnte doch wissen, dass alle möglichen Leute, also diese vielen Freunde, hundertprozentig hinter ihm standen, aber nein. Und er hat immer wieder Menschen verdächtigt, das gegen ihn gemacht zu haben oder jenes. Und wenn man dann, das ist mir ja auch begegnet, mit ihm darüber zu sprechen versucht hat oder den Beschuldigten zu verteidigen versucht hat, dann bekam man so diesen Seitenblick, aha, du gehörst jetzt auch in das feindliche Lager. Er hat ja überall die Feinde gesehen. Und die Tatsache, dass jemand Soldat war, zu den Soldaten gehen musste, wie Heinrich Böll oder Bobrowski oder auch Didizius, das reichte schon, um ihn zu desavouieren in seinen Augen. Was hättet ihr denn machen sollen, so ein junger Mann wie Heinrich Böll? Und er war der liebenswürdigste, den ich kannte, der moralisch sauberste, den ich kannte, der Heinrich Böll. Aber nein, er wurde auch von Celan verdächtigt. Es gibt einmal einen bösen Brief von ihm an Heinrich Böll und er ist der einzige, den ich kenne, der sich da mal gewehrt hat. Ihr Brief ist eine reine Unverschämtheit, schreibt Böll an den Celan. Und Celan war wahrscheinlich so geschockt dadurch, dass er ein bisschen zu sich selber wieder kam. Da kommen wir vielleicht noch auf eine andere Beziehung, die ja auch sehr verwunderlich ist. Sie widmen einen Abschnitt ihres Buches der 68er-Revolution und Celans Verhältnis zu Heidegger, was ja nun auch ein ganz merkwürdiges Verhältnis ist, weil ausgerechnet Heidegger ja nun ein Autor ist, von dem man nicht vermutet hätte, dass Celan so die Beziehung zu ihm so sucht und sich mit seinem Werk auch so intensiv beschäftigt hat. Wie erklären Sie sich das? Nun, ich erkläre es mir also auf die einfachste Weise eigentlich aus dem Zugang zur Sprache, zur deutschen Sprache, die jeweils der eine wie der andere gefunden hat. So Danken kommt von Denken und dann diese verschiedenen Wörter, die mit Denken zu tun haben und mit Erinnern und so. Das sind alles Wörter, die könnte, oder Wendungen, die hätte, könnten sowohl bei Heidegger stehen wie bei Celan. und Heidegger hatte einen hohen Verstand vom Dichter, vom Beruf des Dichters, vom Berufung des Dichters. Da fühlte sich der Celan sehr gut verstanden, eher als Künder sozusagen, wie ein George oder so etwas. Und die eindringlichsten philosophischen Interpretationen von Dichtung, die eben ein Philosoph gemacht hat, das waren eben die von Heidegger. Seine Interpretationen Rilkes oder Trakels zum Beispiel, die waren für, beide Dichter waren ja für Celan maßgeblich, die waren für Celan eben auch ganz, ganz von hoher Bedeutung. Und natürlich die Fixierung beider immer wieder aufhört hat ihn, immer wieder. Den fühlte er auch am besten verstanden in den verschiedenen Interpretationen, die Heidegger dazu gemacht hat. Und ich glaube, die Faszination war so viel größer als der Vorwurf, den man ihm machen konnte durch sein Verhalten in der Nazizeit. Deine Nähe zu den Nazis und die Rektoratsrede, das kannte Celan natürlich auch alles. Aber was eben für uns alle, die wir Celan liebten oder mochten oder wussten um seinen Rang, die wir uns nicht erklären konnten. Wenn er so gut, moralisch saubere Leute wie Böll beschuldigte, ein verkappter Antisemit zu sein, weil er zu ihm, weil er freundlich war, weil er in seinen Büchern auch die Gräuel der Nazis geschildert hat. Das war dann auf einmal, galt das alles nichts mehr. Und in einem Brief an die Ingmar Bachmann schreibt der der Heidegger würge an dem, was er getan hat. Und die anderen hätten durch ihre Literatur nach dem Krieg bewiesen, dass sie nicht in diesem Geist noch dächten oder so etwas. Der Heidegger hat nie gewürgt an dem, was er getan hat. Er hat sich ja dazu nicht geäußert. Und hätte er sich geäußert, wäre es, ja, es sind dann wahrscheinlich auch nicht genug gewesen, aber wahrscheinlich hätte er das auch letzten Endes nie erwartet, von Heidegger etwas dazu zu hören. Und er fühlte sich unglaublich geschmeichelt letzten Endes, dass der Heidegger kam zu seiner großen Lesung in Freiburg, glaube ich, 1000 Leute, und ist dann auch mitgefahren auf die Hütte. Und da gibt es dann eben auch so Geschichten, dass gesagt wird, ja, er hat er hat ihn gestellt, sozusagen. Er musste sich äußern zu dem, was er getan hat. Natürlich hat er nichts davon getan. Der Neumann, der Germanist, der junge Assistent in Freiburg war, der ihn gefahren hat, der sagte mal, die haben hinten im Fonds gesessen. Der hatte gefahren mit seinem Volkswagen. Die haben geschwiegen, haben sich angeschwiegen. Das ist ja auch das Natürliche für diese beiden gewesen. Und dass der ihm irgendetwas gesagt hat dazu, warum er das gemacht hat, was er gemacht hat oder gesagt hat und keine Stellungnahme dazu bezogen hat, das ist völlig unwahrscheinlich. Das Einzige, also was gerade mal immer gerne erzählte, Heidegger hätte ihm gesagt, der Zeland hätte viel mehr Pflänzchen und Pflanzen gekannt als er, der Naturbursche selber. Das sozusagen ist ein Thema gewesen. Aber selbst die Pflanzen sind ja bei Zeland noch, ja, wie soll ich sagen, existenziell verankert. Arnika Augentrost, fängt das Heidegger-Gedicht an, das Tottenau-Berg-Gedicht. Augentrost, das ist historisch besetzt. Es gibt eine Briefstelle an die Giselle, wo er sagt, ich musste ja im Straflager oder im Arbeitslager immer mittags zwei Eimer voll Wasser, heißem Wasser oder voll Suppe eventuell, wusste es nicht mehr genau, in der Moldau ins Lager bringen. Und da, auf diesem Gang, habe ich den Augentrost gesehen. Also wenn er dieses Pflänzchen, dieses unscheinbare Pflänzchen nennt im Gedicht, dann ist damit dieser ganze historische, autobiografische Hintergrund auch mit gemeint. Also die Pflänzchen sind nicht so unschuldig, dass sie nur in ihrer botanischen Form da eine Rolle spielen. Und das ist natürlich auch ein schönes Wort, Augentrost, auf den man schon, das ist ja vielleicht auch das Besondere der deutschen Sprache, dass man aus solchen Wortkombinationen eben auch Sinn erhält, was für Celan ja sehr wichtig war. Lieber Klaus Reichert, abschließend vielleicht nochmal, Celan starb im April 1970, er beging Selbstmord und in Paris, in der Seine. Und Siegfried Unselt beauftragte sie, danach ein Band in der Bibliothek Surkamp zusammenzustellen mit ausgewählten Gedichten. Und ich habe mir das angesehen, sie haben ja da zwei Dinge getan, sie haben auch Gedichte mit drin, aus dem ersten Band, der Sand aus den Uhren, der ja von Celan selbst wieder aus dem Verkehr gezogen wurde und eingestampft wurde wegen vieler Druckfehler, aber der ihm dann im Zuge der Goll-Affäre doch wieder wichtig war als Beleg nämlich dafür, dass er die Gedichte schon sehr viel früher geschrieben hat, als man gemeinhin annahm. Und es gibt darin auch einen schönen Text, den sie aufgenommen haben und der sonst nur an sehr entlegener Stelle abgedruckt war, nämlich Das Gespräch im Gebirg, ein Prosa-Text, der ja auch eine Auseinandersetzung ist mit Celans Judentum und auch ein bisschen, er bezeichnet das ja glaube ich selbst mal, sein Mauscheln mit Adorno, also auf eine versäumte Begegnung mit Adorno zurückgeht. Wieso haben Sie diesen Text ausgewählt? Nun, es ist der einzige erzählende Text, den Celan geschrieben oder beziehungsweise veröffentlicht hat. Und mich hat dieses konkrete, also jüdelnde eigentlich an diesem Text interessiert. Celan liest es ja selber auch mit einem durchaus jüdischen, leichten Akzent. Es ist so, sagen wir, die versäumte Begegnung zwischen einem jüdisch sprechenden Juden und einem emanzipierten Juden, der der Adorno ja gewesen ist, das steht ja dahinter. Wenn man diese biografischen Bezüge hinein nimmt, dann ist es so, auch wiederum diese historische Auseinandersetzung der verachteten kleinen Juden aus dem Osten, Kubina ist ja auch Osten, und auf der anderen Seite der Jude Groß, wie er den nennt, in dem Roman, der Karriere gemacht hat und er eigentlich herunterschaut auf diese kleinen, armen Ostjuden. Auch da gibt es ja viele Belege auch in der Biografie. Celan gehörte nun selber zu den, sagen wir, privilegierten Juden in der Bukowina, weil seine Eltern Wert darauf legten, dass er gutes Deutsch spricht, das Wiener Deutsch, während sehr, sehr viele andere, auch zum Beispiel sein Jugendfreund Mosche Barasch, der Kunsthistoriker später wurde, dessen Muttersprache war das Jiddische, nicht? Und der Celan konnte aber doch, er hat immer abgestritten, das konnte, aber er konnte es doch ganz gut. Manchmal hat er auch so kleine Motti oder so, oder dieses Gedicht Benediktal, nicht? Das endet damit, also gesegnet und so weiter, gemenscht. Das ist ein ganz seltenes Wort, seltenes jiddisches Wort, was übrigens aus dem Lateinischen kommt, über Benedizere, das hängt vom Stamm her damit zusammen, aber dass er das kennt, das zeigt, dass er sehr viel jiddisch verstand. Und das ist alles eingegangen in diesen, in diesen kleinen Text und den fand ich so wunderschön, dass ich dachte, der sollte doch auch noch gerettet werden, sonst hätte ich einen der Reden reingebracht, aber mein Problem war ja, dass gerade ein Jahr zuvor die Auswahl von Peter Allemann aus den Gedichten erschien und ich musste da so etwas herumsteuern, konnte, musste manches natürlich drin haben, weil ohne das hätten die ausgewählten Gedichte, wären die nicht richtig gewesen, nicht sinnvoll gewesen, aber ja, ich habe dann Sachen hineingenommen, die zum Teil sich auch überschnitten haben, aber das war egal, um das Bild abzurunden, aber ich wollte eben von dem frühen Band der Sand aus den Urnen bis zu dem, den von mir lektorierten Bänden alles drin haben. Dennoch gehe ich davon aus, dass die Gedichte, die Sie ausgewählt haben, auch Gedichte sind, die Ihnen nah waren und gefallen haben. Gibt es denn ein Lieblingsgedicht, wenn ich das mal so formulieren darf, oder ein Gedicht, was Ihnen besonders zugesagt hat und das Sie uns vielleicht jetzt zum Abschluss auch nochmal vorlesen würden? Ja, eines meiner Favoriten sozusagen ist das Hölderling-Gedicht Tübingen-Jenner. Dazu sollte man vielleicht ein paar Sachen sagen. Warum heißt das Jena? Den 20. Jena ging Lenz durchs Gebirg. So fängt diese Zehler eine so wichtige Erzählung, fragmentarische Erzählung von Georg Büchner an den Jena, also die österreichische Form, damit ist zugleich natürlich auch auf Zehlands Herkunft angespielt, aus den Kronlanden, also aus einer habsburgischen Provinz. und zugleich ist der 20. Jena für Zehler ein Stichtag. Also es ist der existenzielle Tag von Lenz und es ist zugleich der Tag der Wannsee-Konferenz in Berlin zur Endlösung des Juden-Problems sozusagen. Also das ist ein ganz schwer gepolter, mehrfach gepolter Begriff Tübingen-Jenner. Vielleicht lese ich es mal vor und dann kann ich noch zwei, drei Sachen dazu sagen. Tübingen-Jenner Zur Blindheit überredete Augen Ihre Ein Rätsel ist rein Entsprungenes Ihre Erinnerung an schwimmende Hölderlin-Türme Möwen umschwirrt Besuche ertrunkener Schreiner bei diesen tauchenden Worten Käme Käme ein Mensch Käme ein Mensch zur Welt Heute mit dem Lichtbart der Patriarchen Er dürfte Sprecher von dieser Zeit Er dürfte nur lallen und lallen immer immer zu zu Palaksch Palaksch Vielleicht das Palaksch ist eines der von Hölderlin erfundenen Worte in seiner Kamalata-Sprache wie er sie nannte Es konnte heißen Ja oder es konnte heißen Nein deswegen vielleicht das Doppelte Palaksch Palaksch Es gibt ein Gedicht aus von Schwelle zu Schwelle Sprich auch du sprich als letzter sag deinen Spruch doch scheide das Ja nicht vom Nein Das ist Palaksch Palaksch beides gehört zusammen Ich habe versucht übrigens das Ja nicht vom Nein zu unterscheiden in meinem Buch da ist ein Zitat von aus der Rheinhymne ein Rätsel ist rein entsprungenes und zur Blindheit überredete Augen die Blindesten sind Göttersöhne heißt es in dieser Rheinhymne also die Blinden die sehen vielleicht doch mehr als die angeblich Sehenden und dann ja Anspielungen auf das Ambiente käme ein Mensch käme und so weiter mit dem Lichtbart der Propheten das ist ja Muse ist einer der Patriarchen der mit dem erleuchteten Gesicht dem Ganzen herunterkommt vom Berkoreb wo Gott zu ihm gesprochen hat und ihm die Gesetzestafeln gegeben hat er dürfte sprechen von dieser Zeit von dieser von unserer Zeit er dürfte nur lallen und lallen ja was lallen heißt wissen wir aber es kann sein dass da noch etwas anderes dahinter steckt nämlich die höchste Form des Sprechens ist ein in Zungen reden also etwas was man mit einer kommunikativen Sprache nicht mehr verstehen kann das ist ein bisschen also jenseits der höchste Ausdruck sozusagen und ich habe bei dem Lallen auch gedacht Celan war ja ein war auch ein guter Krezist und wenn im Neuen Testament Jesus spricht Sprechen heißt an sich im Griechischen aber es gibt auch das Wort Lallein wenn Jesus spricht wird immer das Lallein benutzt also es ist einerseits dieses Lallen dieses kindliche vielleicht Lallen oder betrunkene Lallen oder eben also auch doppelt gepolt das ist eben auch etwas was zu tun hat haben mag haben kann mit dem Hintergrund einer Sprache des Propheten Jesus ist ja auch als Prophet verstanden und dieses immer immer zu zu das sieht man gerne im Zusammenhang mit Wojciech als er die Marie die ihn betrogen hat umbringen will immer immer zu zu immer zu und so weiter leichte Anspielung die von Anfang bis zum Ende Jänner ist Lenz und Wojciech eventuell am Schluss oder mindestens als eine Erinnerung kann so ist dieses Gedicht nicht interpretiert sondern sind Dinge die man wissen kann als höchstes was man zu einer solchen schwierigen nie zu Ende zu denkenden Dichtung sagen kann Lieber Klaus Reicher das war glaube ich jetzt ein sehr schönes Beispiel für die Vielstelligkeit von Celans Dichtung und ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch und wir verabschieden uns damit von unseren Zuhörern und es folgt jetzt aber noch Musik diesmal nicht von Paul Celan sondern von Erwin Schulhoff einem Musiker der auch im Konzentrationslager ermordet wurde langsam wandle ich dahin am Klavier Hadayet Djedica und Theodor Brown als Tenor ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen Ich bedanke mich mit dem Ich bedanke mich mit dem Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020